Ich krieg grad ein bisschen Pipi in den Augen, weil es so schön ist. Komm ich da hoch? Ah, hier. Ja, jetzt beruhigt euch. WeChat. Jetzt, jetzt, jetzt besieg doch mal den Boss. Jetzt schaff's doch mal. Mach doch mal schneller jetzt. Jetzt hör doch mal auf zu sterben. Jetzt überlebt doch mal. Mann, jetzt, jetzt find doch endlich die Lösung fürs Rätsel. Beeil dich. Hey, du musst nachladen. Oh. Wir müssen den Kopf schießen. Nein. Ey, wirklich das WeChat? Das, was ihr denkt. Change the world. Ja, noch höhere Ansprüche, bitte. Finde ich gut, dass du unsere Gedanken hörst. Ja, ich auch nicht. Ey, was hab ich denn jetzt geändert? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich, ich seh nicht so ganz... Was hab ich denn geändert? Ach so. Ich kam jetzt hier durch. Alles gut. Wieso muss ich jetzt eigentlich dunkel machen? Es ist ja nicht mehr gut, dass ich meine Gedanken höre. Okay. Ich frag einfach mal nicht nach. Nee, denken ist... Nö, fühl ich nicht. Ich hab jetzt keine Lust zu denken. Machen wir das jetzt wieder an. Machen wir das jetzt wieder an? Warte mal, muss ich das jetzt auch wieder anmachen? Pass jetzt aus, um anzumachen? Zufällig? Ja. Ja, ich kann auch ohne euch. Ja, ich bin nicht ganz doof. Was kann ich da mal? Ja. Es ist auch... Also vielleicht nicht ganz Chat. Also Chat ist nicht ganz so schlimm. Es ist eher so... YouTube-Kommentare. Ich glaub wirklich, dass das YouTube-Kommentare sind. Ich lass sie nochmal brennen. Ich hab... Weil ich hab ja nichts zum anzünden. Oh mein Gott, okay. YouTube plus Twitter. Twitter-Kommentare hatte ich tatsächlich noch nicht so schlimm. Da war keine Torch. Ihr habt gespoilert. Was ich bei YouTube-Kommentaren immer so schlimm finde. Dass sie schreiben, was man schon längst gefunden hat. Weil, also das halt so Wissen ist, was du dir halt über die Zeit aneignest. Und du bist halt schon viel weiter in der Aufnahme. Das finde ich immer so schlimm. Da muss ich mir immer verkneifen, so... Ja, danke, weiß ich inzwischen auch. Wie die Kommentare gerade hier von den Stimmen. Wirklich. Weiß ich nicht. Ich muss es ausprobieren. Lasst mich doch mal. Ach, hast du auch nicht gehört? Habt ihr mir jetzt... Habt ihr mir nicht gerade gesagt, dass ich da rein soll? Weil ich wollte das Ding ausmachen. Ich mach mal ein anderes Video als ich. Ja. Ja, fühle. Ja, da ist ein Weg open. Kann sie durchlaufen? Okay. Muss ich mein... Oh nein, ich muss meine Fackel wiedergeben. Hier. Schlaf gut, Glami. Träume was schön ist. Kann ich da runter... Nee, okay. Hört auf, euch zu beschweren. Wir gehen da jetzt rein. Mann. Vielleicht müssen die auch noch pipi und... äh, haben Hunger oder so. Hohnefacken... Ja! So muss man sich als Kindergärtnerin fühlen, oder? Die macht das super. Oh, loben. Oh mein Gott. Ich finde halt, die Kämpfe, dadurch, dass halt so viele Sachen sind, die man nicht blocken kann, fühlt es sich trotzdem an wie ein Film oder so. Oh. 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 Ja, das kann... Da kann ich nichts gegen machen. They are fast. You know what they are going to do. They are pretty dead. Oh. 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 Ja, ich hab's gehört, ich bin ja nicht taub. Wirklich. Also wenn ihr jetzt hier, also... Dann erzählt aber auch kein Mumpitz, ja? Ja. 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 Ich hab's draufgelassen. Ja, ich hab's draufgelassen. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. 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 Move von dem. Können wir bitte aufhören, meine Gegner zu zünden? Weg jetzt. Verdammt. Fahr langsamer. Ja, streitet euch um mich. Versteht euch das? Versteht euch das? Und fühl zu euch. Es können leidungen sein. Es können sie schwer. Es ist euch oder ihr. Nein, der war schneller. Trotz Verlarmung. So, reicht jetzt? Mann. Schlimm, wirklich. Als wäre Sommerschlussverkauf. Silence? Just the caves. What does it mean? It's nothing. So cold. It's... Wait. Are they here? Then you will meet your destiny. Can you feel them? Within the depths. The cave is singing to you. It's guiding you. The walls are singing to you. They know, are they? Danke, Chad. Maybe it's dangerous. No, you have to go there. You have to find out. Kriege ich eine Fackel? Bitte. Bitte. Who is it? Who? Is someone there? Help me. Who are they? Who's there? What are they saying? Don't get too close. I mean, it's gone. No, you can't. Those creatures are down here with you. They need help. This is all I have. Senua, you can't. You can't do it. She is thinking about it. No, Senua. Protect us. You need that sword. Senua, no. You have to be able to fight. It's all you have. She is ignoring us. Senua, listen to us. Senua, no. We know. What to do? We are protecting you. We are protecting you. Don't get it. Don't get it. Stupid. 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 What are you going to do now? Sacrifices must have meaning. She has given away that which makes her strong. Her protector. Her Avenger. The thing she grips tight when darkness overwhelms her. What is a warrior without her sword? What is she now? She must forge a new path. Defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. Aber das heißt, ich kriege keine Gegner, richtig? Ich bin, ich bin besonders. Genauso wie alle anderen auch. Ich gehe mal da lang, wo die nicht sind, ja? Ja, ich versuch's, ja. Aber wir, wir sind so gebückt. Nein, 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 das tun die nicht. Die sind sehr nett. Die sind sehr nett. Ich gehe, gehe ich jetzt den, doch, ich gehe dem, richtig nach. Ich bin nicht allein, ich hab euch. Ob das jetzt so toll ist oder nicht, wer weiß schon. Ich sehe zu und das langsam meine Hborn. Das ist doch anders. Langsam muss ich jetzt auf. Hallo? Geht. Verpüselt euch. Nicht ruckeln, nicht ruckeln. Ähm. Ähm. Pff. Was war das denn jetzt? Die wollte gerade nicht. Hallo, da hoch? Nicht? Jetzt. Ja, das stimmt. Das habe ich schon mit Absicht. Ja, da vorne ist doch das Licht. Also das zu losen ist jetzt schwierig. Ja, da vorne ist das. Wenn die Schäden nicht mehr schlusset ihr. Sie werden nur beurteilen. Kann sie es durchführen? Ich mag es nicht. Geh nicht. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Sie können das nicht. Remember, Brie. Geh zum Licht. Geh. 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 Ich liebe dich. Es ist zu schrecklich. Hä, wo ist das Licht hin? Das ganz helle Licht, wo ist das hin? Oh da. Ähm. Wahrscheinlich hätte man da zehn Statuen finden können in der Verfolgungsjagd gerade. Also es war keine Verfolgungsjagd, aber ihr wisst was ich meine. Ähm. Und zwanzig Steinköpfe oder so. 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 Der leuchtet, seht ihr? Schön. Aber wenn das der Test ist, wo geht's da hinten lang? Wir werden jetzt rausfinden, wie viele wir verpasst haben von denen. Wir haben gleichstand. Der Hecht, das ist ja ungewöhnlich, das was immer war. Da hast du recht. So, dann... Letzte Prüfung hieß es von denen, ja? Weil danach kommen noch andere Prüfungen bestimmt, aber... Wir haben noch gar nicht gefällt. Oh Gott. Kann ich hier hoch? Nee, ne? Nein. Okay. Dann gehen wir erst mal hier lang. Was passiert, wenn ich jetzt von hier auf... Ah. Ah, okay. Wieso ist das gerade so schön? Wenn ich das wegmache... Ja. 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 Wie sie schon mal in der Nacht trägt die Fallen. Schön. Muss verfaller sein, aber definitiv. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir haben ihnen alles gezeigt. Wir haben ihnen alles gezeigt, was wir sind. Alle Fragment. Alle Fragment. Wir haben nichts übrig. Sie kann sich selbst sehen. Alle anderen sind uns. Wir. Wir. Wir sind alles, alle Fragments, die helfen. Wir wissen alle. Wir wissen sie. Wir können sie alles klar machen. Wir sehen sie. All zusammen. All zusammen. All meaningful. Ja. Sie erinnert sich... ...wie es fing an. Sie fing an. Wir sind gerade in der Oste. Wir haben sie geschaut. 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 Until you heard us, and we fought together, we survived. We were lost in this new land. Hurt. Broken. You had no hope. Once again, we helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. It started with a promise that holds so much power over you. Dillian. Dillian's game, Final Fantasy Seam Rebirth. Always dead. Dead. And at the end, we found him. Thorgester. Strong. Proud. And we helped you. We told you to stop. We always help you. Or you may have killed him. We saw it. We saw in him. Do you understand that? His goodness. And he saved us. Now. If we defeat her, he'll die again. Or all his world will collapse. Like yours. He needs to believe in the world of his father. He believes his father more than anyone. We know, Senua. That is where change happens. We saw it. They saw it. The hidden folk. They broke us. They changed us. You. They are everything. They are here. I'm not so sure, if I'm going to steal her soul. Following the threats of her mind. She's here to find them. The ones who hide. They will tell her how to defeat the giants. And she will keep her promise. But it's never so simple. Is it? Wisdom has a price. There will always be a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. I can feel them. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Zenwar. What are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. I know you. How? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Bad woman. Their eyes. Everywhere. Can feel them pouring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? What do you want me to do? Him. Lost souls who fought through hell to find us. You are lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find? What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. And... Peel. You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them tell. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those you have led to death. You see things differently from the others. Look. And you will see her. By her name. You will know her. Nothing is born of nothing. We will show you. Look. In the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest. Somewhere to carve out the home. Also, ich bin, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Schlaf gut, was man? Askiya screamed her fury. And her words blotted out the sun. She cut the green with her bitter poison. And drowned the hills in bile. Nothing could breathe through her hatred. All their animals choked. Their crops withered in the ground. And the people with it, too. The woman had to leave her home. Go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs. The terror of hunger, the thirst, drove the people to fury. As is the way of that kind. The weak lost all to the strong. The weak lost all in her arms, still she searched for her haven. I have no gar nicht gesagt, wie schön ich die Bubbles finde. Let the darkness from the sky leech to town. The flesh eating ones. With the awful hunger that could never be sated were a legion. And death held dominion over all. New gods arose. Darker and more terrible than those before. She could not let the child live in such a world. So she brought her to a cave where the hidden folk were set to live. Hoping they would take her child and raise her free from the care. Free from the darkness. She had nothing to feed her now. But her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askyah. If you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life. And give me your death. 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 Seth. Death. It's me. It's me. I need a sword. Ah, ich habe mir selbst das Schwert gegeben. Ich glaube ja, Weltmander. Es ruckelt! Das war gemein. Wo beißt du hin? Ich bin nicht deine Mutti. Das war's für dich. Das war ich, Chad. Was? 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 Können wir reden? Was? 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 Gebi. Ich erscheu! Nicola. Gend. Komm her, jetzt. Du Kackbraten. Diese, dieses Kacke beiße immer. Das ist nicht so lecker und sp herd. Wenn die, das Beste ist, dass alles immer wieder. Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck! musicians loves Geld, mit einem Teigen zu verdienen? Wie ist das? Zwei? 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 Wie bist du es? Zwei? 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 Sie sind nichts. Sie sind nichts. Sie lieben es? Was würdest du tun, um zu verändern? Was würdest du tun, um zu überleben? Du kannst nicht die Geistern. Die Geistern fester in den Augen. Und nur die Licht kann sie weg. Wir alle kommen zu einem Weg. Wo sind Sie? Hilf mir! Das ist asynchron. Hören wir endlich aus dieser ekligen Höhle raus. Ich finde die nicht schön. Also sie ist optisch schön, aber ich finde die nicht so doll. Also wir haben da echt Kacke bisher erlebt. Ich möchte nach oben. Ich bin der Baby. Ich bin der Brüch. Ich bin der Real Name. Ingen. Her Name. Ingen. Wir haben alle Names, gegeben oder chosen. Wir verändern sie, schlagen sie, investieren sie mit meaning. Names verabschieden, lassen uns roh und blöden. Rootless. Selbstlos. All the names that were lost, she will find and hold. She knows her name now. Ingen. She knows her. You know her name. It's Iltiger's true name now. Ingen. Ingen. Names have power. True names. They cut to our hearts. To know the true name, to know the true name of something is to command it. Bring her here. Bring her here. Bring her here. Can we call to her, like the Draeger did? She will kill you. The Draeger were aping the costumes of the living, acting out what they did before they turned. The grotesque parogy of the Bloed Ones held in that sacred place, sacrifices to Freya. Yeah, we can call to her too, yes. And yes, she will come, but she will kill you, just like she has so many of us. Then what? She can never be reached. We need to find a place where you can meet her face to face and see the world through her eyes. See her world? And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Verdir as they whisper. He means us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. She understands. There are ways to tear that open. She knows. Pass in. It won't be the first time. She's suffering. Wrecked with grief. I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. They move and change the world. They uncover what is hidden. They're not the same. Never say that. What will you do? How will you know what to do? What happens if we cannot enter into the ritual with you? Also ganz ehrlich, wenn ihr nicht mit ins Ritual kommen würdet, dann wäre ich echt glücklich. Not alone with her. Heldreie. In her. Her. Reality. A world. Of loss. Pain. Anger. Hate. And we may not be left. In her. 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 Ich toile mich. Hallo, schöne Frau. Ich habe dein Baby mitgebracht. Wo Untertitel? Ich glaube sie ist sauer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte mal. Immer diese Pixel. Oh mein Gott. Oh oh, ich bin zu weit. Geht alles easy. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Zu Kette? Zufällig? Ja. Ja, gut. Ja, da sterb ich auch immer spontan. Ja. Dieses Scream gerade drin, was halt offensichtlich so eine Mischung aus ihrem Schrei und halt musikalischem Scream ist, ist voll episch. Ich weiß noch nicht gerade, wo der nächste Dings ist. Warte, hier dürfte mir nichts passieren, richtig? Ich liebe die Checkpoints. Wirklich. Das Spiel macht sehr vieles richtig. Das ist aber jetzt schneller als davor. Hä? Aber wie cool ist das nach dem Rhythmus? Keine Ahnung. Ich mag sterben, aber ich bin nicht mal sauer darüber. Weil es ultra krass gemacht ist. Alter, das ist so episch. Okay, gut. Ich dachte, sie braucht nicht mehr. Mal nochmal. Ich habe geklebt, wie dran was schön ist. Ich bin so glücklich, dass das kein Kampf ist, sondern halt sowas. Das ist mega cool. Mach weiter. Hallo. Geht. Ich bin so glücklich. Ach nee. Das war doch jetzt nicht so. Oh Gott Ruckel. Ich warte den ersten Abend. Ah! Geht doch nicht durch! Hä? Oh! Hä? Ich wollte gar nicht... Hä? Die ist einfach gelaufen. Ich wollte nicht, dass sie lau...läuft. Hallo? Ich muss einfach laufen, okay. Achso, ich...jetzt ist lau...okay, gut. Okay, gut. Oh, das sieht ungesund aus. Ich muss mich auf den Weg gehen. Senua? Sie ist zu sterben. Sie ist zu sterben. Sie ist zu sterben. Sie ist zu sterben. You can ease her pain. You know what to do. Give it to her. Her baby. She just wanted to protect what she loved. What happens when you fail? You break. You become monstrous. You become consumed by rage. Grief. No more. Let them rest together. Together? Together now. Let her rest. It's time. Sleep well. Inga. Silence. She is gone now. All the rage. All the fear. All the grief. All died with her. Gone. You did it, Senor. Now people will be free again. You brought home. Yes. You think you have triumph. But this means nothing. This woman was no god. She was weak. Like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have. But not in the way he thinks. No more sacrifices. Swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. Hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for some place. Be sure of that. She is exhausting at sunrise. I will come with you. I know the godly. And he respected me. Once. I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, Senor? What? She will stop the slavers. But the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret she has to keep. Wisdom has a price. Remember. What happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden. But it takes its toll. This isn't the right way. I told you we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjork. They've been pains in our houses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. I'll protect you. But I would say that was it for today. I'll protect you. You do a good friend.